Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute gibt es mal was komplett Alternatives, ein alternatives Betriebssystem, was Haiku heißt. Das basiert nicht auf Linux oder BSD oder was anderem, was ihr so kennt, das basiert quasi bloß auf sich selbst. Ja genau, und das schauen wir uns mal an, was man damit so machen kann, wie weit die im Projekt sind und so weiter und so fort. Genau, gucken wir mal. Ja, Haiku hatte ich sowieso schon immer mal so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe das sogar mal kurze Zeit auf einem Laptop installiert gehabt. Das war ein relativ altes Gerät, worauf Linux auch gar nicht so richtig lief. Und das Haiku, das lief relativ gut da drauf und das kam auch mit dieser obskuren Grafikkarte, die da drin war, auch zurecht. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum die das entwickelt haben. Also eigentlich mit dem Haiku-Projekt wollten sie Binärkompatibilität zu BOS 5.0 herstellen. Wenn ihr das nicht kennt, ist das jetzt nicht großartig schlimm. Das ist an euch vorbeigegangen, höchstwahrscheinlich, wenn ihr dort überhaupt schon auf der Welt wart. Das war ein alternatives Betriebssystem, was angetreten war, quasi alle anderen so zu ersetzen mehr oder weniger und besonders stark auf die Multimedia, also Audio und Video gesetzt hat und da eigentlich auch relativ gut drin war. Problem bei der Sache ist natürlich damals gewesen, ja Geldprobleme und naja, die Marktmacht von den anderen großen Firmen, die war damals eben sehr groß, sodass die letzte Version von dem BOS 2000 rausgekommen ist. Also das sind jetzt 22, 23 Jahre ungefähr her. Der Plan der Firma, die damals hinter BOS stand, B-Inc meine ich hießen die damals, die waren auch sehr ambitioniert. Also die hatten auch vor, Hardware zu bauen. Das Ganze hieß denn B-Box. Das war ein System mit zwei CPUs drin. Da kriegt ihr auch Videos auf YouTube dazu. Also ein paar von den Dingern sind sogar wirklich gebaut worden. Aber in einer so geringen Stückzahl, dass sich das letztendlich nicht gelohnt hat. Und ja, also das hat auf dem Markt nicht funktioniert, obwohl es technisch eigentlich sehr interessant war, das ganze System und eben auch die Hardware dazu. Aber wie es so ist, es hat nicht sollen sein. Dann haben sich ein paar Leute gedacht, naja, ist doch irgendwie schade, dass diese Firma jetzt pleite ist, dass BOS, was ja eigentlich ziemlich cool war damals, dass das jetzt komplett untergeht. Die Reste hat damals Palm gekauft, also eine Firma, die für Handhelds vor einiger Zeit schon sehr bekannt war. Ja, die kennt man heute, glaube ich, auch nicht mehr wirklich. Die hat die Reste aufgekauft, den Quelltext und irgendwie gab es Probleme mit dem Copyright dabei, sodass das Ganze denn nicht wirklich weiterverfolgt wurde. Könnt ihr euch alles auch nochmal bei Wikipedia nachlesen, beziehungsweise den Links da drin folgen. Also das ist eine relativ interessante Geschichte, wenn man sich für die Geschichte von Computern und sowas interessiert. Wenn nicht, dann ignoriert es einfach. Ja, ein paar Enthusiasten haben sich gedacht, das ist ja schade, dass das jetzt weg ist. Also machen wir jetzt quasi was Eigenes, machen als Open Source so einen Nachbau von dem Ganzen und bauen uns das von Grund auf neu. Und wir wollen, dass diese BOS-Programme, die ja um die 2000er das letzte Mal wohl so veröffentlicht wurden, beziehungsweise danach sind noch ein paar kleinere Programme wohl gekommen und Enthusiasten bauen immer noch welche dafür. Aber der wirkliche Markt war halt nicht da. Und darum wollten sie als Ziel Binärkompatibilität zu dem letzten BOS, was rausgekommen ist, damit bewerkstelligen und arbeiten da immer noch dran. Der Haiku-Kernel basiert auf New OS und die Quelltexte, die in Haiku verwendet werden, die werden zum Teil eben auch aus freien Projekten, also aus BSD- und Linux-Projekten übernommen, was da natürlich Texte heißen und nicht Teste. Und es gibt natürlich auch eine Paketverwaltung in dem Haiku, dass man einfach Software installieren kann, zu der Zeit um die 2000er rum. Naja, da war es noch nicht so mit Paketverwaltung und Installieren übers Internet und so. Da gab es vielleicht Anfänge von, aber der übliche Weg wäre wohl gewesen, dass man das Ganze auf einer CD gekriegt hätte und dann ja irgendwie so oder ja Disketten wahrscheinlich eher nicht, obwohl die Programme wahrscheinlich relativ klein waren. Das ist das, was sie gemacht haben. Also einmal der Teil mit Kompatibilität zur PC-Plattform in 32 Bit, wie es damals gewesen ist, um die 2000er rum. Das ist ein Ziel gewesen und zusätzlich haben sie auch als weitere Plattform 64 Bit PC-Systeme, also AMD 64 oder eben das Gegenstück bei Intel, also 64-bittige PC-Architektur haben sie auch mit dabei. Das ist quasi offiziell vom Haiku-Projekt unterstützt. Der Status ist da zwar wohl noch nicht so weit wie bei der 32-Bit-Version, also ich gucke mir auch heute bloß die 32-Bit-Version an. Daneben gibt es auch weitere Plattformen, wo man Haiku laufen lassen kann, die aber nicht offiziell unterstützt sind. Das ist zum Beispiel hier ARM, also auf dem Raspberry Pi soll es auch irgendwie laufen. Dann der M68K, das ist, ist das Amiga? Ich weiß es gar nicht so genau. Dann PowerPC, eine Architektur von IBM, die früher, also früher, früher, früher auch mal in den Apple-Notebooks drin war. Dann haben wir RISC-V in der 64-Bit-Version, eine aufstrebende CPU-Architektur, die auch frei ist, sodass jeder seine eigenen RISC-V-Chips damit bauen kann. Und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wo ich das Ganze in QEMU emuliert habe und da mal ein bisschen rumgespielt habe. Da drin ein Debian in der RISC-V-Version installiert. Und ja, also das klappte schon ganz gut in der Emulation. Und dann haben wir noch Spark, auch noch eine CPU-Architektur. Genau, also darauf soll man es prinzipiell laufen lassen können. Klappt allerdings nicht so gut wie unter dem 32-Bit-PC-System oder unter dem 64-Bit-System. Wenn euch das Ganze interessiert, dann guckt mal auf der Projektseite vorbei, haiku.os.org. Von der Projektseite könnt ihr das Ganze natürlich auch runterladen oder vielmehr genauer von dieser URL hier. Und dort gibt es dann verschiedene Veröffentlichungen. Also es gibt einmal Stable Release, also eine stabile Veröffentlichung. Und dann gibt es ja Images, die jede Nacht einmal neu gebaut werden aus dem letzten Quelltext Stand. Und ich habe mir jetzt eine Version aus diesen Nightly Images rausgepickt. Also ich wollte wirklich mal gucken, was es jetzt so aktuell da stand, auch wenn es noch nicht als stabil angesehen wird. Und hier könnt ihr jetzt verschiedene Versionen einfach mal runterladen, also verschiedene Stadien davon. Und das einfach mal ausprobieren, in die virtuelle Maschine reinschmeißen und dann mal gucken, was passiert. Genauso mache ich das jetzt nämlich auch. Ja, dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Und dann, ich habe mir das jetzt in so eine Virtual Box wieder reingeschmissen. Ich habe dieses ISO, also dieses Image da, dieses Nightly Image da als virtuelles CD-Image reingetan in dieses Bootlaufwerk. Und habe davon jetzt hochgefahren und sofort auf Pause gedrückt. Denn das geht auch relativ schnell. Also Haiku ist wirklich sehr schnell. Jetzt löse ich einmal die Pause. Ja, und dann gehen diese Icon da, die füllen sich so oder die werden dann lesbar. Und jetzt sind wir auch schon im Installationsbildschirm. Bildschirm. Also das geht insgesamt schneller als beim Linux-Distributionen. Und ja, also das ist schon ziemlich zügig. Genau, hier muss ich Deutsch auswählen. Dann, ja, also danke für das Interesse an Haiku natürlich. Ja, vielen Dank, dass ihr das macht von dem Haiku-Projekt, dass wir es überhaupt mal ausprobieren können. Und ich möchte Haiku direkt installieren. Ich habe eine virtuelle Festplatte da drin, die 20 GB groß ist. Ich muss das gleich auch einmal partitionieren und formatieren. Denn für die Installation wurden keine brauchbaren Partitionen gefunden. Bitte Partitionen erstellen und zumindest eine mit dem B-File-System formatieren. Genau, das machen wir jetzt auch. Also hier wäre jetzt das, worauf ich nachher meinen Haiku installieren könnte. Im Moment ist nichts drin. Also wir haben hier diese 600 MB. Das ist diese Haiku CD, die da in diesem virtuellen Laufwerk liegt. Aber ich muss hier Partitionen einrichten machen. Da habe ich wiederum die CD oder ja, also diese virtuelle CD-ROM da drin. Dann habe ich hier meine virtuelle Festplatte mit den 20 GB und dann gehe ich hier, meine ich, auf Datenträger in Italisieren. Intel Partition Map. So, sollte ausgewählte Datenträger wirklich formatiert werden? Mhm, soll er. Alle Daten werden verloren gehen. Ja, ist ja eh nichts drauf. Die Änderungen werden erst nach einer weiteren Bestätigung geschrieben. Okay, weiter Änderung schreiben. So. Der Datenträger hat jetzt eine Partitionstabelle drauf, aber es ist eben noch nichts formatiert, obwohl das dort stand. Jetzt habe ich hier freien Platz, der genauso groß ist wie meine komplette virtuelle Festplatte. Und jetzt muss ich noch eine Partition anlegen und dann nehme ich dieses B-File-System. Es gibt auch noch andere, aber ich brauche halt das B-File-System. Und jetzt habe ich das hier verstellt. Also maximale Größe natürlich. Dann würde ich hier auch noch aktive Partitionen setzen. Ob das jetzt dieses Boot-Fleck ist oder so, keine Ahnung. Also ich finde, das ist eine sympathische Option, darum nehme ich die einfach mal mit. Dann sage ich hier anlegen, nochmal bestätigen, dass die Änderungen auch wirklich verloren gehen. Ja, genau, klar. Formatieren heißt weg. So. Und jetzt sagt er mir hier, nicht formatiert. Ich weiß nicht warum. Ich muss jetzt hier nochmal sagen, nochmal B-File-System, damit nochmal formatieren. Und hier jetzt ja. Nochmal Änderungen schreiben. Und erst jetzt ist es da. Also ich finde das so ein bisschen verwirrend. Also vielleicht liegt es auch bloß an der Übersetzung. Also es warnt mich ja schon im ersten Dialog, dass ich was formatiere. Aber ich formatiere es ja noch gar nicht. Ich partitioniere es ja eigentlich bloß. Aber egal. So, jetzt haben wir hier unser B-File-System auf diesem DevDisk ATA 0 Master 0. Also das sind auch andere Gerätebezeichnungen als unter Linux, wo es zum Beispiel dev-SDA 1 für die erste Partition auf dem ersten Laufwerk. Und ja, hier ist es anders. Okay, jetzt mache ich das Ganze einmal zu hier oben. Und jetzt habe ich hier drunter unter dem Installationsziel meine Haiku-Partitionen. Die wähle ich dann aus. Und mal gucken, was haben wir hier. Optionale Pakete. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal mit. Also ich will da jetzt nicht noch irgendwas abwählen. Devil, Devil. Also Entwicklungspakete denke ich mal, das kann ja nie schaden. Und den Platz haben wir also mitnehmen. Okay, einfach Start klicken. Und dann werden diese Pakete da schnell drauf geschaufelt. Und das war es schon. Habt ihr schon mal so eine schnelle Installation irgendwo gesehen? Also ich kann mich jetzt an nichts erinnern. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach einen Neustart. Denn wirkliche Optionen haben wir ja nun auch nicht. Die VirtualBox startet einmal durch. Die Auflösung ist wieder so, dass es auch passt. Und der Haiku-Installer hat es auch geschafft, diese virtuelle CD-ROM aus dem virtuellen Laufwerk auszuwerfen. Das schafft auch nicht jeder Installer. Also von daher ist das schon mal eine feine Sache. Dann sagt er mir hier oben, er hat erstmal einen SSH-Schlüssel generiert. Das ist auch schon mal eine feine Sache. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das Ganze wirklich brauchen, aber es ist schon mal gut, dass das schon gemacht wurde. Wir haben jetzt hier eine Mischung von Deutsch und Englisch. Also der Papierkorb heißt Papierkorb. Und ja, Home, keine Ahnung, hätte man wahrscheinlich anders nennen können. Dann haben wir hier diese Feder und das ist quasi das Startmenü. Da haben wir so ein paar Sachen drin, also Applications, also auch nicht Anwendungen, sondern Applications. Da haben wir, mal gucken, wie heißt es denn? Haiku Depot. Das ist die Paketverwaltung von Haiku. Ja, dürfen anonyme Nutzerdaten von diesem Computer an den Haiku Depot-Sorway geschickt werden? Ja, prinzipiell habe ich damit jetzt kein Problem, aber ob es denen was nutzt, wenn ich von meiner virtuellen Maschine, die ich sowieso hinterher wieder wegschmeiße, Statistiken zuschicke. Aber okay, müssen die wissen. Ich sage jetzt einfach mal Ja. Und dann haben wir hier unten so ein Abrufen von Paketquellen-Daten. Das ist so wie bei Linux, denke ich mal, wo so ein Index mit vorhandenen Paketen vom Server runtergeladen wird, sodass man denn in der Paketverwaltung suchen kann. Ich hätte jetzt gerne ein Büroprogramm oder so und dann wird in diesem lokal runtergeladenen Index nachgeguckt, ein Büroprogramm und dann kann ich das installieren. Also Paketmanager, wie man den von vielen anderen Systemen her auch kennt. Und Haiku hat sich natürlich optisch an BOS angelehnt oder ich denke mal, es sieht quasi genauso aus wie damals BOS. Von daher ist das hier oben kein Fehler, dass da so ein Reiter über dem eigentlichen Fenster ist, wo man das Fenster anfassen kann und bewegen mit einem Klick. Das ist ganz normal, das ist so gewollt. Dann gibt es hier dieses Icon zum Großmachen und das hier ist zum Schließen. Ja, dann haben wir hier verschiedene Anwendungen, die es direkt für das Haiku gibt. Und das sind jetzt gemessen an Linux-Distributionen, was ihr da so kennt, natürlich sehr, sehr wenige. Und ja, wir können ja mal gucken. Wir haben hier jetzt verschiedene Kategorien, zum Beispiel Audio. Und dort haben wir ein paar Audio-Anwendungen. Ja, was haben wir hier? Editor für das Bearbeiten von Metadaten, von Audio- und MPEG-Dateien. Na gut. So ein Sammeldienst für Medien. Was zum Brennen von Audio- und Daten-CDs oder vielleicht sogar schon DVDs. Ein Video- und Audio-Player, das ist bestimmt praktisch. Ein Software-Synthesizer mit Tracker. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Hat aber noch gar keine Bewertung gekriegt. Und ein MIDI-Sequenzer. Was haben wir da? Bildung. Ein virtueller Globus- und Weltatlas. Oh, warum nicht? Kann man ja bestimmt was Nettes mal zeigen. Ich glaube, das stammt auch von KDE. Also der Name kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Und damit der Mabel funktioniert, müssen wir auch einige Abhängigkeiten mit installieren. Also das ist eine Menge, was hier irgendwie Audio- und Videodatenströme angeht. Also irgendwelche Codecs mit bei. Das ist gar nicht so wenig, ne? Achso, Car, Widget, irgendwas. Das installiert sehr viele KDE-Pakete mit. Also auch hier sowas wie Phonon. Aus dem KDE vielleicht 4-Bereich. Oder obwohl, ne, da ist ja schon eine 5 drin. Car Crash. Ach, machen wir einfach mal. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. Vielleicht fliegt uns das auch gleich um die Ohren. Wir werden es sehen. Achso, hier unten, da steht es ja sogar, ne? Marble.kde.org. Also es ist ein Teil vom KDE-Projekt. Das ist mir bei so einer Vorsichtung von dem Haiku auch schon mal aufgefallen, dass viele KDE-Programme oder, was heißt jetzt viele, also in der Summe sind es natürlich nicht viele, aber dass aus dem KDE-Umfeld doch einige Anwendungen hier drunter zum Laufen gebracht wurden. Ja, gucken wir mal. Aktueller Download, da lädt es was runter. Achso, und schon ist es fertig. Hm. Ja, dann öffnen wir das Ganze doch mal und gucken einfach mal, wie sich Marble so unter Haiku anfühlt. Okay, mach ich das auch mal groß. Wir haben hier... Oh. Es ist auch keine 3D-Beschleunigung oder sowas aktiv. Also das ist alles rein hier Software gerendert. Gut, ist heutzutage jetzt auch nicht mehr so ein großes Ding, aber in der virtuellen Maschine, also das habe ich schon mal schlechter gesehen. Also, up. Hui. So, mal gucken. Nicht da jetzt. Mal hier so. Wenn ich da jetzt mal reingehe. Das ist jetzt wohl erstmal diese Standardansicht. Wenn ich da jetzt draufgehe auf die klassische topografische Karte. Oder... Oh, ist es da schon? Achso, ah, jetzt kann ich sagen OpenStreetMap. Da wird es dann auch etwas detaillierter. Also, vorher war jetzt ja noch nicht so viel zu sehen. Achso, und unten ist wohl der Status, wie weit jetzt dieser Kartenabschnitt denn runtergeladen ist. Altmannsgrund. Und die Schillerstraße. Moor. Moor. Was haben wir noch? So hätte es damals ausgesehen. Dann Jiederschlag, Satellitenansicht. Nehmen wir nochmal die hier mit. Wie es da so aussieht. Wenn ich da nochmal irgendwo reingehe. Ja, okay. Also, schärfer scheint es nicht zu werden. Der Status bleibt hier unten auch bei 66% hängen. Boah, okay. Aber prinzipiell, das funktioniert. Also, ich weiß auch nicht, ob Mabel jetzt unter dem normalen KDE irgendwie besser wäre oder so. Aber das läuft schon mal. Und drucken. Ich könnte es jetzt immerhin in eine PDF-Datei auch drucken. Also, ja. Also, das funktioniert schon mal. Nicht schlecht, dass die jetzt diese ganzen Abhängigkeiten, die gebraucht werden von KDE zu Qt und was weiß ich. Nicht noch alles, dass sie das soweit auf Heiko portiert haben, sodass so eine relativ umfangreiche Anwendung auch schon läuft. Also, das finde ich, ist doch eine beachtliche Leistung. Dann gucken wir auch nochmal, was es hier noch so gibt. Büro. Was zum PDF angucken. File-Sharing und Chat. Achso, hier gibt es nochmal. Brennen von Audio und Video. Discs. Dann haben wir hier eine Sammlung von Büroanwendungen. Ja, probieren wir mal aus. Caligra-Org. Hm. Äh, noch so. Okay, also das scheitert jetzt daran, dass eine Abhängigkeit nicht aufgelöst werden kann, sodass wir das Paket nicht installieren können, weil ein anderes Paket, wovon es abhängt, nicht verfügbar ist. Das ist irgendwie schade. Und dann haben wir noch hier Pi, ein Texteditor für Programmierer. Peco. Rename. Document. Wow. Ach, gucken wir uns mal einen. Achso, der ist schon vorinstalliert. Also, wenn da so ein grüner Haken dran ist, dann ist das vorher schon da. Gucken wir uns mal Pi an, wie der Texteditor so ist. So. Der ist ja für Programmierer, also probiere ich mal aus. Ob das Ganze irgendwie Syntax-Hervorhebung kann. Ne, das ist einmal Speichere. Als PHP. Ja, also die Farbe hat sich geändert. Und jetzt sage ich hier Echo. Hallo Haiku. Ja, also es hebt die Syntax so ein bisschen hervor. Also so ein Textteil, der ist denn leicht blau. Befehle in so einem dezenten grünen, grau, blau. Irgendwie so. Und, ähm, ja, Kommentare sind dann vielleicht grau. Wenn ich nochmal einen Kommentar mache. Obwohl, ne. Kommentare sind... Ist das gelb? Naja. Also auf jeden Fall, es sieht anders farbig aus. Also ein Texteditor für Programmierer. Dann haben wir hier, ja, sowas wie Suchen und Ersetzen und, ähm... Ja. Also so ein Editor, mit dem man so grundlegende Sachen machen kann. Ja. Für Texte. Dann mal gucken, was haben wir noch. Büro, Business. Ah, Business ist komplett leer. Oder? Wenn ich ja alle Pakete sage. Ach, okay, okay. Also es gibt empfohlene Pakete und nichts davon ist empfohlen. Aber es gibt noch die Möglichkeit hier zu sagen, alle Pakete. Und da haben wir auch Caligra Plan. Mal gucken, ob wir das installieren können. Wenn wir nicht diese ganze Caligra-Umgebung da installieren, sondern bloß ein Teil davon. Mal gucken, ob das geht. Änderungen übernehmen. Also das scheint sich von den Abhängigkeiten auflösen zu lassen. Und, ähm... Ja, das installiert jetzt... Oder hat jetzt schon dieses Caligra Plan installiert. Öffnen. Ja, und schon haben wir unsere Plan-Arbeitspaket-Verwaltung. Sehr schön eingedäuscht. Genau, und das ist auch ein KDE-Projekt. Was wir auch auf Heiko portiert haben. Und das ist jetzt in der Version 3.3.0 und von 2021. Das ist jetzt nicht so alt und nicht so neu. Je nachdem, wie man jetzt gerade auf die Zahlen guckt. Aber dafür, dass sie jetzt sowas Umfangreiches drauf zum Laufen gebracht haben, das ist schon nicht schlecht. So, mal gucken. Was macht man denn denn überhaupt? Ich habe ja keine Ahnung, was das macht. Gant. 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 Wirst du? Gant. Ansicht teilen. Ansicht. Einrichten. Öffnen. Was macht man damit? Also ich kann irgendwas öffnen. Aber ich weiß auch nicht was. Ich kann jetzt meine PHP-Datei auswählen und, ähm, oh. Hm. Gute Frage, was es genau macht. Also, vielleicht kriege ich dort durch ein Projektleiter Arbeitspaket vorbereitet, die ich hier drin öffnen kann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, gut. Aber prinzipiell läuft es. Ich weiß bloß nicht, was man damit macht und was für Dateien da rein müssen. Dann, was haben wir noch hier? Tabellenkalkulation. Sum it. Ja, warum nicht? Jetzt erleben wir das auch nochmal. Das ist jetzt eine Beta. Und das scheint jetzt wohl direkt so eine, ja, Bios-Anwendung zu sein. Also, vielleicht mal nichts, was von KDE kommt. Sondern was natives. Gucken, was haben wir hier? Okay. Ich soll hierher gucken. Okay, 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 tue ich. Ja, das ist, das ist schön. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier, also es klingt ja so wie, wie Summiere Dinge. Dann machen wir das einfach mal. Wenn wir hier sagen, ja, zwei, drei, vier, fünf. So, genau. Summe von A1 bis A6. Das ist doch eigentlich gut. Und, was war das anders angeben? Ah, man muss es da vorher irgendwie, also in die Klammern muss man reintragen. Von A1 wäre das Feld hier. A6 ist das letzte hier, wo zwar nichts drin steht. Aber wenn man jetzt eine Summe von A1 bis A6 machen will. A1 Punkt Punkt A6. Und das Kommando ist dann hier Sum, also eine Summe bilden. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal anpasse, jetzt eine 2 draus mache, dann wird das zu 16 summiert. So, kann ich jetzt auch nochmal Animate. Muss ich das auswählen? So, muss ich das jetzt irgendwie auswählen, damit ich auch so ein Diagramm draus machen kann. Okay, nur Graph Plugins found. Okay. Hm. Müsste ich wahrscheinlich irgendwas noch dazu installieren, wenn es das gibt. Ja, gucken wir nochmal ein bisschen was Interessanteres, was vielleicht nicht ganz so trocken ist. Vielleicht mal hier Kategorie Video. Und ich gehe gleich auf alle Pakete, dass auch Dinge bei sind, die jetzt noch nicht so gelobt wurden. Mal gucken, was wir da haben. Spätvideos auf 3D Objekten ab. Okay. Avidemux ist dabei. Also Avidemux finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache. Benutze ich auch immer ganz gerne. Die Version 2.8.0, die ist schon ein bisschen älter. Aber mal gucken, ob die läuft. Ja, brauche wieder ein paar Abhängigkeiten. Ja, mitnehmen, installieren, klar. Auch schon fertig. Dann haben wir hier noch OpenShot. Das habe ich in meiner Vorbereitung hier drauf schon einmal installiert. Mal ausprobiert, ob es läuft. Und es ist abgestürzt. Aber vielleicht verhält es sich jetzt anders. Man weiß ja nicht. Es sind ja ein paar Abhängigkeiten mit dazu installiert worden. Vielleicht verhält sich das Ganze jetzt ein bisschen anders. Wir werden es gleich sehen, ob es klappt. Dann haben wir hier RetroArch. Das ist doch eigentlich, genau, eine Oberfläche für Emulatoren, Game Engines. Ach so, Media Player. Darum ist es in der Kategorie Video gelandet. Dann haben wir hier noch SM Player, UberTuber, YouTube DL und, ja, ich denke mal, das ist so ziemlich das Interessanteste, was man rausholen kann. Oder VLC Player kann man natürlich auch nochmal nehmen. Ach so, hier steht auch das Datum bei, wann diese Anwendung hier wahrscheinlich gebaut wurde oder da reingekommen ist. Und, und, und. Ja, okay. Also, je nachdem, einige Sachen sind älter, andere sind neuer. Fangen wir dann einmal von oben an. Einmal Avidemux, ob das startet. Moa, das startet. Und, ähm, was haben wir denn hier drin? Da haben wir jetzt die, ähm, ja, die, die Software-Encode, wie man sie quasi von einem Linux-System her auch kennt. Genau. Also, ja. Das sieht auch sehr genauso aus, wie ich es so kenne. Und damit kann man Videos ganz grob schneiden, neu komprimieren. Kann auch Filter drauf packen, dass man vielleicht ein Logo ausblendet oder irgendwas unscharf macht. Oder einfach das Video zurechtschneidet, die, ähm, Frameanzahl ändert oder was weiß ich alles. Also, dafür ist Avidemux echt sehr praktisch. Unabhängig davon, dass es jetzt unter Heiko läuft. Also, das könnt ihr auch unter Linux benutzen. Und das ist halt sehr, sehr praktisch für einfache Videobearbeitungssachen. Ach, wo ich es gerade hier sehe. Es gibt auch B-Screen Capture. Und das ist ja quasi extrem neu. Vom 30.12.22. Die Aufnahme mache ich jetzt am Silvesterabend. Am 31. Also, das hier ist von gestern. Das nehme ich jetzt auch mal mit. So, und es ist auch schon installiert. Also, die Programme sind, ähm, ja, auch von der Größe hier, was da steht, deutlich kleiner als unter Linux. Das sieht alles sehr effizient aus. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Aufnahme zu machen als MPEG. Was für ein MPEG? Mal gucken. Nee, da kann ich bloß angeben, wohin ich das haben möchte. Options. Ach so, ähm, da haben wir MPEG. MPEG 4. Ja, ach so, ich könnte das Ganze auch als Octeora-Video speichern lassen. Als einzelne Bitmap speichern. Mhm, als GIF. Ja, okay, gut. Aber das wäre jetzt quasi die beste Variante, die es so gibt. Und jetzt kann ich noch angeben, wie viele Bilder pro Sekunde ich haben möchte. Weniger CPU verwenden. Und da, okay. Ja, und damit kann ich jetzt mal was aufnehmen. So. So, und Stopp. Ach so, ah, okay. Er nimmt erst die Bilder wohl auf und dann komprimiert er die nochmal als MPEG 4. Okay, Play. Boah. Also das funktioniert. Ja, genauso schön, wie es gerade eben schon aussah. Dann könnte ich jetzt ja auch, wo ich jetzt ein Video habe, nochmal hier Avidemux öffnen. Mal gucken, ob das klappt, als ich das Video auch gleich einmal öffne. Einmal hier im Clip MPEG. Das hat nicht funktioniert. Hm. Hm. Das ist natürlich schade. Das würde vielleicht auch erklären, warum es bloß einen Stern gekriegt hat. Also eine Bewertung mit nur einem Stern hat nicht funktioniert, um überhaupt irgendwas zu öffnen. Das ist irgendwie schade, aber keine Ahnung, vielleicht muss man auch noch irgendwas damit machen, damit das jetzt funktioniert. Weiß ich nicht. Probiert es selbst aus, wenn euch das insgesamt interessiert. Ich finde es eigentlich ein sehr interessantes Projekt, was die also geleistet haben. Das ist erstaunlich. Und da steckt ja auch kein riesiges Team hinter. Komplett neues Betriebssystem zu erschaffen mit sehr vielen Anwendungen und Anwendungen von anderen Systemen darauf zu portieren, dass es überhaupt läuft. Das ist eine riesige Arbeit. Also wirklich Respekt dafür, dass ihr das gemacht habt. Und ja, tolle Sache eigentlich. Aber ich brauche es nicht. Ja, genau. Aber mal gucken. OpenShot. Ob OpenShot jetzt funktioniert oder auch nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh. Jetzt hat es funktioniert. Tja. Zauberei. Möchten Sie automatisch Fehler und Statistiken versenden, um OpenShot zu verbessern? Ja, warum nicht? Wenn es gleich abstürzt, dann haben Sie vielleicht Informationen gewonnen, die irgendwie praktisch sind. Keine Ahnung. Also keine Ahnung, ob Haiku von OpenShot offiziell unterstützt wird und ob die das überhaupt interessiert. Ich weiß es nicht. Aber gucken wir mal, was OpenShot zu diesem Clip MPEG sagt. Achso, das ist ja auch kein Projekt. Ich möchte ja eher Dateien importieren. Genau so. Okay. Also das funktioniert. So. Jetzt habe ich natürlich ein Problem mit der Bildgröße. Wenn ich jetzt genau wüsste, wie man mit OpenShot umgeht, könnte ich natürlich auch irgendwas Tolles für euch zaubern. Aber ich kenne mich nicht wirklich aus. Drehen. Das verstehe ich ja noch. Ja, das funktioniert. Oh. Klappt. Was haben wir noch? Effekte. OpenShot ist ja irgendwie bekannt für diese Effekte hier. Also ich kenne mich damit nicht aus. Also es ist bestimmt ein tolles Programm. Aber es ist nicht das, was ich normalerweise benutze. Von daher Eigenschaften. Achso, da haben wir sogar diesen Effekt drauf. Ach, Greenscreen-Verfahren. Okay, gut. Haben wir nicht. Ich dachte, von dem Bild her, dachte ich, es wäre irgendwie so ein Linseneffekt. Aber das ist es ja gar nicht. Verwischen, Wälde, Rauschen. Wie werde ich den jetzt wieder los? Kann ich den einfach entfernen? Achta. Rechts draufklicken. Effekt entfernen. So. Und ich möchte... Hier noch irgendwie was Cooles. Hier haben Balken. Echo. Farbverschiebung. Flüsterton. Negativ. Roboterisierung. Verwischen. Okay, sind jetzt doch gar nicht so viele Effekte drauf, wie ich jetzt eigentlich dachte. Aber gut, nehmen wir mal hier Farbverschiebung, damit man da vielleicht nochmal was sieht. Und wenn ich da jetzt... Ja, ist das Silvester? Wenn ich da jetzt mal was verschiebe... Keine Ahnung. 20. Ob man da was sieht? Sieht man da jetzt irgendwas, dass ich da... Ne, irgendwie nicht, ne? Oder? Ne, mal das verschieben. Ach doch. Ja, doch, 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 doch. Ach, so ist das gedacht. Also, dass ich diese einzelnen Grundfarben gegeneinander verschiebe. Ja gut, damit kann man vielleicht irgendwie Farbverschiebungen, die durch irgendwelche Fehler gekommen sind, wieder korrigieren, dass man die rückgängig macht. Dass es dafür irgendwie gedacht ist. Ja, genau. Also, damit kann man mit OpenShot theoretisch Videobearbeitung auch unter Haiku machen. Ja, mal gucken, was haben wir noch? Noch irgendwas Kurzes vielleicht hier. Spiele sind natürlich auch immer eine tolle Sache. Oder ich gucke noch einmal bei Programmierung rein, was es hier so gibt. Cross-Compiler verarmen. Für Arduino gibt es eine Entwicklungsumgebung. Okay, gut. Dann, was haben wir hier noch? Bluefish, HTML-Editor. Ja, Bri. Okay. IDE zum schnellen Entwickeln von Apps. Genie, Fritzing. Also sind doch relativ viele einzelne Programme mit Beide, die man vielleicht so kennt. Also hier IntelliJ für Java. KDevelop auch. Okay. Notepad-QQ. Ein Editor ähnlich wie Notepad++ für mehrere Plattformen. Okay. Paladin. Okay. Paladin ist eine integrierte Entwicklungsumgebung IDE, die BOS BIDE nachempfunden ist. Auch nicht schlecht. Also ich kenne sie natürlich nicht von früher. Aber wer es von früher kennt, fühlt sich dort vielleicht sofort zu Hause. Also da kann man bestimmt eine Menge mit machen, wenn man mal wirklich was komplett anderes machen möchte. Dann Spiele. Das ist vielleicht so ein bisschen einfacher. Also ich hatte vorher einmal geguckt, was ist denn so mit bei. Und da hatte ich bloß gesehen, empfohlene Pakete, oh, das ist ja nicht so viel. Hätte ich jetzt gedacht, wenn man eine neue Plattform macht oder ein Betriebssystem baut, Spiele sind irgendwas, was man relativ früh macht. Und von daher fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch. Das ist ja echt wenig. Aber es gibt ja viele, viele mehr. Es gibt 0 AD. Okay. Das. Nee, also. Hä? 54 MB? 0 AD? Das ist doch irgendwie komisch. Also es ist vielleicht bloß die ausführbare Datei ohne alles drumherum. Genau. Hier ist 0 AD Data. Das wird doch ein riesiger Klopper sein. Und der Linux sind das doch, wie ist denn das? Das ist über ein Gigabyte nachher. Also diese Daten sind so groß. Ja, Strike. Ach so, genau. Man kann ja auch schon mal weitergucken. Nebenbei. Das ist ja. Das hatte ich eigentlich ja gar nicht vor, dass ich so viel hier mache. Und eigentlich habe ich auch gleich was anderes vor. Ich dachte, das wäre jetzt relativ schnell, weil es gar nicht so viel gibt. Aber man muss natürlich sehen, dass es auch alle Pakete gibt. Blobwars. Auch lustig. Ein bisschen brutal. Also sind zwar bloß irgendwie so Tennisbälle, Blobs oder so, aber es fließt eine Menge Kunstblut dabei. Ist aber eigentlich ganz lustig. Dann haben wir hier, was haben wir denn noch? Zirkus-Linux. Ah, okay. Das ist so ein Zirkusspiel. Das gab es, gab es das unter DOS damals? Ewig lange her. Also wo es so verschiedene Zirkus-Attraktionen gab. Also wie das hier. Da muss man irgendwie runterspringen und dann anscheinend Luftballons damit zum Platzen bringen. Und dann auf dieser Wippe hoch und da runter. Ich weiß es nicht mehr, aber das war irgendwie komisch. Kolobot. Ein Echtzeit-Strategiespiel, das Programmieren lehrt. Okay. Schade. Ja, okay. Gut. Also vielleicht läuft 0 ab D auch bloß unter der 64-Bit-Version. Ich bin mir nicht sicher. Dope Wars. Okay, Duke Nukem 3D. Wenn man die Spieldaten irgendwo hier hat. Endless Sky. Extreme Tux Racer. Das probiere ich mal aus, ob das klappt. Eigentlich braucht man wahrscheinlich Hardware-Beschleunung dafür. Aber vielleicht haben sie es gut umgesetzt, dass es auch hier in Software läuft. Kann sein, muss aber auch nicht. Was haben wir denn noch? Globulation 2. Strategiespiel. Hexen 2. Hexen 2. Das hatte ich mir angeguckt. Da ist der Ton aber versetzt. Also der Ton, der bei irgendwas eigentlich abgespielt werden soll, wenn man diese Aktion durchführt. Wenn man da irgendwie einen Stein zerkloppt oder so, soll jetzt sofort dieser Ton kommen, dass man den zerbröselt hat. Aber das kam mit so einer Sekunde Verspätung. Kann natürlich daran liegen, dass ich es in der VM ausprobiert habe. Ja, CESA 3. Okay. K-Goldrunner. Genau, also ein paar KDE-Programme sind da auch wieder mit dabei. Nee, KOLF ist nicht dabei. Das wäre es ja noch gewesen, dass ich hier jetzt auch nochmal KOLF spielen kann. Das habe ich ja schon bei anderen Videos gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr. Unter diesem Retro-Video habe ich es auch schon gemacht. Also das ist jetzt gar nicht so wenig. Serious Sam. Okay. Braucht man natürlich bestimmt auch wieder die Spieldaten dafür. Super Tux. Ja, genau. Team. Also das ist jetzt gar nicht so wenig, ne? So, aber was wollte ich jetzt noch? Ich habe irgendwas installiert und irgendwie dann habe ich mich komplett hier verloren. Genau, Extreme Tux Racer. Das wollte ich haben. Das habe ich installiert. Oh. Also wir haben auch irgendwie Ton. Also es gibt die normale Musik da drunter. Es zieht so ein bisschen nach, aber das ist klar. Damit hätte ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet, dass es jetzt super flüssig läuft. Das habe ich jetzt schon häufiger gemacht, dieses Level hier. Nehme ich mal was anderes. Und probiere jetzt einfach mal mein Glück. Mal gucken. Na gut, der Tux ist schon ein bisschen langsam. Aber. Obwohl. Genau, und. Na gut, der. Gut, der Ton ist trotzdem weiterhin verzögert. Aber. Also ist jetzt nicht super flüssig, aber. Spielbar, ne? In der VM. Da geht ja auch nochmal immer was verloren, wenn man in der VM irgendwelche Sachen startet. Oder gerade solche grafiklastigen Sachen, wo man eigentlich 3D beschleunigen braucht. Ja. Ja. Geht. Hey. Tada. Immerhin. Also Extreme Tux Racer funktioniert sogar. Ja. Gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Das kriegt ihr bei Haiku mit dazu. Dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die standardmäßig mit dabei sind. Da gibt es dann noch ein paar Einstellungen, Preferences. Da könnt ihr noch, ja, Auflösung ändern, Bildschirmschoner, Drucker und was ihr sonst so alles hat. Und das könnt ihr darüber auch noch konfigurieren und Sprache. Können wir da noch ein bisschen was weiter dazu? Ne, wahrscheinlich nicht. Achso, bereits ausgewählt. Okay. Ja, da könnt ihr noch ein bisschen was einstellen. Und wenn euch das interessiert, probiert es mal aus. Virtuelle Maschine nehmen, so ein Image runterladen, drin starten und dann mal installieren auf einer virtuellen Festplatte. Und ja, spielt damit mal rum, wenn euch das interessiert. Ja, das war es denn auch für dieses Mal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wirklich was komplett Alternatives, was kein Linux ist, kein BSD oder irgendwas anderes, was man so kennt, sondern, ja, Haiku eben. Probiert es aus, schmeißt es einfach mal in die virtuelle Maschine, dieses Image, was ihr da runterladet und spielt damit mal ein bisschen rum. Oder lasst es eben auch bleiben. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Und tschüss.